Ich habe heute früh im Internet ein wunderschönes Haus am Strand gemietet. Ich habe mir gedacht, wenn ich reserviere und schon mal unsere Koffer packe, fallen die meisten Gründe Nein zu sagen weg. Boah, ist das schick. Sieht aus, als hätten die zwei Spaß. Das WLAN funktioniert nicht. Tut mir sehr leid, dass wir Sie stören. Das hier ist unser Haus. Das hier ist Ihr Haus. Wir waren auf der Rückfahrt in die Stadt und dann ist etwas passiert. Sie wollen hier bleiben, aber wir sind doch hier. Wir müssen die herausbekommen. Sie müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt. Es kommt doch alles wieder in Ordnung, oder? Die Konsequenzen könnten es. Es handelt sich um einen Cyberangriff auf das gesamte Land. Ich vertraue den beiden nicht. Irgendwas ist ja komisch. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Ich glaube Ihnen nicht. Ich würde auch alles tun für meine Familie. Was Sie tun, ist Ihre verdammte Sache. Steck sofort und lass ein Auto! Haben Sie immer noch nicht kapiert, was da draußen eigentlich los ist? Was es doch ist, es passiert uns allen! Ich will einfach wissen, was ist die Wahrheit. Das ist diese wellbeing kannst du mit der Welt zurücklaufen und die nette Menschen in지 Nineveh vornehmen. Du hast uns jeden, und heute bekommst uns einige Fl hired. Ah, ich bin sicher. Wir sind jeden ein Flat- tomaat, nur die Zukunft. Wir sind das vielleicht schon sicher. Ich gebe sie ein bisschen viel réussig. Wir haben die Zeitpunkt-Einheiten gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020